Time to let go, Leute, es ist Vollmond, deswegen ist das mega die gute Energie zum Loslassen. Wir waren gestern auf so einem Hippie-Markt und die hatten so coole Räuchersachen, deswegen habe ich da so ein Salbei mitgenommen und damit habe ich heute meine Crystals ausgeräuchert. Und dann habe ich meine Daily Pages geschrieben, oder besser gesagt, ich habe versucht, sie zu schreiben, aber Ocean war heute mit mir alleine, weil Kath in Deutschland ist. Deswegen ist Daily Pages schreiben ein bisschen schwieriger als alleine. Schaut euch bitte diesen Goldstein an, den hat Kath mir zu unserer Anniversary geschenkt und da ist immer noch unsere zugelaufene Katze. Das Räuchern war noch nicht vorbei, ich habe Ocean dann auch so einen Mini-Räucherstab, der natürlich aus war, gegeben und er hat mir mit zusammengeräuchert. Like, why is this just life goals? I really just birthed my bestie. Ich bin so glücklich, so eine Mama zu sein. Naja, und dann sind wir noch auf so ein Event gegangen, also es war so ein Festival-Ding und ja, ich dachte halt, das ganze Essen wäre for free und meine Schwester und ich dachten das halt, deswegen haben wir uns da einfach hingesetzt, aber dann meinten die so, habt ihr reserviert? Und wir waren so, nein. Und dann waren die so, ja, dann müsst ihr bitte gehen, weil das ist nur für geladene Gäste. Und wir so, oh, okay, kein Problem, dann essen wir das halt hinten irgendwo, weil die Teller durften wir halt behalten. Dann haben wir da ein bisschen mit Ocean Party gemacht und schaut bitte dieses Outfit an.